so machen wir weiter mit kein zwergenland kein zwergenland kein zwergenland kein zwergenland ist auch ein land tief im österreich lass mich doch mal lesen so portal aktiviert blablabla neue aufgabe sehr schön wir müssen kämpfen glaube ich wenn es ich glaube wir müssen kämpfen wir machen jetzt was ganz anderes wir stellen uns hin und warten wir machen ein sit in genau einen kontraktiven sitzstreik wo 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 ich wäre auch mal so für für neue gegner typen welche zu so langsam jahren könnten auch mal jetzt im letzten level waren immer so ein paar salamander und so was neues dabei einfach nur so leichte abwandlung wir haben ja vorhin schon leichten abgehangen gekriegt da jetzt eine spinne einfach nur blau geleuchtet hat da lässt mich meinen kämpfer gleich vorne im stich gar nicht auch wieder eigentlich steine was steine 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 zu werfen hier rechts ging es auch noch weiter ja warte mit spinnchen her wünschen du bist voll in der falle gelaufen stimmt ich nehme mal hier ein bisschen die weg das ist ein dicker Achso, ich soll erinnern uns mal anquatschen. Aha. Ja, nicht Armee, Blah, Diebe. Diebe haben einen Artefakt gestürmt. Ja, müssen wir holen. Er beglut, er beglut, er beglut, er beglut. Du dumm. Du dumm, du dumm, du dumm. Ne, aber jetzt guckt man nochmal wirklich, was sollen wir für diesen Typen machen. Der Zwergenverbündete. Ich bin ein hitziger Rivalität zwischen Menschen und Zwergen geraben. Bla, bla, bla. Hat mich ja sucht, das Räuberlager zu zerstören. Na, das, äh... Dennis, ich weiß nicht, ob wir das so einfach machen können. Wieso nicht? Wir können doch hier nicht einfach uns in einen völlig fremden Krieg einmischen und metzeln. Das ist doch gar nicht so unser Ding. Eigentlich sind wir doch mehr so... Die sind schon oder Angst? Nee. Ich hab mir noch nicht ins Höchstchen gemacht. Ähm... Wir sind doch eigentlich mehr so die Erklärbären und der C-Leute und ich bin ja voll durch die Starin gelaufen. Ich auch. So, wo ist denn jetzt eigentlich das Räuberlager? Das werden wir gleich sehen. Er beglut, 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 er beglut. Metze, 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 ich binne! Sie ruf... Sie ruf es so ein fayeron. Huio. Fussar rufen so. Ein Händler, ein Händler. Genau, hier erst mal. Erst mal... Kannst du erst mal durchatmen jetzt. Mach mal, mach mal. dass ich gleich voll einen auf den Helm kriege, wenn es weiter geht. Ne, ist das irgendwie nicht so? Ne, das machst du denn? Ja. Geht noch nicht. Gut. Achtung. Erstmal mitziehen. Wiggluda, 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 wiggluda. Bonancha. Alter, wir haben voll viel coole. Wissen ja auch nicht, was wir damit machen sollen. Ja. Ich glaube, das Buch da würdest du mir noch geben. Das hier? Ne, das dann drüber. Das hast du mir doch wieder zurückgegeben, oder? Das kann auch Sinn. Dann kannst du so verkaufen. Ich behalte es. Wenn du nicht möchtest. So, was haben wir hier? Schorken, 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 Schorken. Und O-Ringer. Schriftrolle und viele bunte Schlüssel. Alles kacke. So, haben wir hier irgendwas, was wir anziehen können? Wollen würden? Nö. Das ist alles für den Popo. Schriftrolle des Giftzaubers. Zaubert Giftschaden auf eine Waffe? Sind das keine... Das sind keine, äh, Dings. Das sind Verzauberungen, Mann. Oh, pff, nö. Hast du so ein Buch noch? Warte. Jo. Das, ne, das da drüber. Gib das mal wieder rüber. Ich will mal elektrischen Schaden auf meine Waffe machen. So, und das kann ich da jetzt einfach so... So. Stärke 6. Elektrisch verzaubert. Ja, scheint mir Schaden zu haben. Fängt doch gut. Der ist ja immer für dich. Wo kommen sie denn alle hierher? Die kommen grad vom Bazar. Sie haben Rippen im Sonder ein Gebot. Lecker Rippchen. Alter. Paz. Ich bin tot. Oh, oh, der ist noch ein bisschen durch. Ich stehe in der Bresche. Oh, wow. Dunklem Holz gibt's ja. Man könnte dich quasi Gott nennen. Weil ich jetzt am Gift gestorben bin. Nö, nochmal so, wo ich... So, irgendwer hat eigentlich von uns grad einen Löffel gekriegt. Du. Juhu. Was hiebst denn da das Lina da unten? Tödlicher Griff, Angriff. Die könntest du mal zuweisen. Du Nuss. Das könnte ich mal tun. Und X. X? Und dann lest du die da auf... Ach, du hast die zugewiesen. Auf Y. Ach. Deine Y-Fähigkeit. Entschuldigung, da hab ich jetzt gepinnt. Hm. Einmal mit Profis. Hast du sonst noch irgendwelche Fähigkeiten? Nö. Ne, die andere ist passiv und das schnelle Heilen, das könntest du... Ja, aber das hast du grad nicht gelernt. Na gut. Naja. Nächstes Level, dann gibt's die neuen Fähigkeiten. Genau. Hab ich? Ja, ich hab auch. Na, was mach ich denn bei mir? Ist alles Kacke. Ich will keinen Mana wieder herstellen. Heilen will ich mich auch nicht. Ich hebe das, glaube ich, wirklich auf. Ich hab einen Bogen. Und einen Helm für den Krieger. Und ich kann den Ohrring tragen. Juhu. Aber der ist Kacke. Weiß halt. Verkauf ihn doch. Dann hättest du verkaufen können. Na, aber eigentlich ist er nicht schlecht. So Elementresistenz und Weiß halt. Aber halt meine Lebensregeneration geht dann noch weiter im Keller. Und ich hab doch schon so wenig. Ach, ich weiß es nicht. Ja, wir lassen's. Wir lassen's. Wenn ein weiser Magier nicht weiter weiß, hört er auf seinen doofen Baban. So. Wir reiten wieder. Tönne mit Waren. Eine Tönne mit Waren. Dann aber auch einfach mal so weg, ihr Metzelt. Ohne Probleme. So. Die bisschen nach oben. Okay, da oben müssen wir hin. Schade. Dann lass uns erstmal da unten gucken. Wenn wir nach oben müssen. Bogen Schützungen. Bogen Schützungen. Bogen Schützungen. Dennis Papp, da nicht steht. Ja, ich wollte hier was machen, aber dann habe ich gesehen, dass es nicht geht, weil... Na, da will ich schon. Komm, wir gucken jetzt mal unten. Hier wird's ja auch nicht besser, das ist ja das Problem. Ja, aber hier muss man noch nicht hin. Das ist gerade Zusatz und so gehst du. Das ist ein Sparta-Kuss. Oh, neue Gegner, Dennis. Verrückt. Sparta-Tussen. Oh, die kommen ja schon schnell an die Rand. Oh, Hakenpups. Der Fitz. Das Schöne ist ja, dass der auch die Gegner festhält, kurzzeitig. Ja. Aber wenn die nicht mal wissen, wo sie lang laufen sollen. Ne, da kommen ja wirklich so 14.000 Bohnen, da hätten die fest. Ist das hier tatsächlich das Räuberlager? Könnte das sein? Es könnten Römer sein, ne? Gut, die Dacht. Scheiße, ihr macht. Ja. Geht da! Kann man hier drüber? Nö, geht nicht. Wuh! Kommt aus, um sind viel eingelaufen. Viele Fischer. Fischer! 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 ist eine schon ganz witzig das sieht ja aber so aus wie ich glaube hier muss mein scheiße doch wieder auf die kiste stehen lassen wir waren so beschäftigt so viel zu tun ihr habt was gibt es mir noch wir müssen auf alle für die kiste denn das löffchen ein vorbei und wie sich die fahrung mit drin ja ist egal das passt alles schon hat sich bestimmte lohnt genau von münzen ist jetzt oder hinten steht ob ich noch eine oder so wir haben jetzt die wahl in töten oder die anderen töten hier haben wir nicht was muss man jetzt machen der zwergentöte oder zwergen verbündete ich bin ja für ihn töten warte warte ist hilfe so eine scharfe achse ich habe jetzt einfach mal so für uns beide entschieden dass man den weniger leihen können ja ich hab das schon gemerkt ich dachte du warst damit zufrieden es wirkte so ja ein war ist in ordnung hast du jetzt gerade auf denen zieht ihr habt und trotzdem nicht getroffen oder doch 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 wo lagen der alte typ rum wurde hier unten nö so weit weg klasse fallen überfallen ding ding tag peter wo bist du peter das ist sicher der pfeil sagt wir müssen hier lang also eigentlich müssen wir hier rum anscheinend ja von hier sind wir gekommen ja das stimmt sieht gut aus genau hier komm doch mal du klopps so was gab es zwergenbelohnung was ist ja eigentlich auch cool dass du deine story nochmal ein bisschen verändern kannst naja auf der zene ummetzelt oder den anderen ne viel mehr auswahl war jetzt nicht aber ich habe es gerade nicht geschnitten gekriegt was wir jetzt bekommen haben weil nö genau irgendwie wissen das goldene da genau das ist es so das macht leben das macht man das macht weisheit und das macht elemente das nehme ich because es macht man oh ich habe eine ganze menge das kriegst du erstmal das auch das auch das auch hm die ist läuft 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 doch da läuft halleluja schaden ne mehr schaden aber weniger stärke natürlich ja ja na dann ja voll bewaffnet mit neuen waffen in das wochenende starten hinein ins weekend vieles wochenende noch hier ja nach dass wir doch mal meine geistigen spontaner Edelstein vom Südreich Oh, der ist ja teuer So, gibt's hier irgendwas von Interesse? Wir schauen... Nö Darfst du haben Das aber nicht Darfst du haben Prost Ich sehe da gerade, du hast ja ein Zauberbuch Was ist denn das hier? Eine heilige Axt Ja, ist ja auch doof Das kriegst du gleich Was kriege ich gleich? Das Zauberbuch Das will ich doch ja auch nicht Was kann das? Will ich nicht Ne, das ist auch nichts besonderes Das kann so alles wegkauen Okay Ich dachte, das ist wieder so eins Was, was halt Elementfähigkeiten bringt Auf der Waffe So ein Verstärkungszauber, weißt du? Ja, aber Ist nicht Ne Brauchen wir die kombinige Schriftrolle hier Die kannst du auch wegkauen Was du mit deinem Schlüssel willst? Naja, pass mal auf Da gibt's nichts für So, irgendwie habe ich gerade keinen Fokus aufs Ziel da So, Fähigkeit Achso, wollt ihr aufheben Ich wollt ihr aufheben Ich wollt ihr aufheben Wer weiß, was kommt Oh, oh Geld Toll Halbe Sturm Dafür Ach, dafür kann man sich auch mal aufbiegsen lassen Für zwei Münzen Das ist ganz schön öde, wenn man alles weg tötet, ja? Aber warum geht das denn so? Ich verstehe es nicht So, jetzt Brücke Das war's Das war's Denkst du, wo noch was kommt? Jo Jo Toll Toll